So Leute, der Wex hier und willkommen zurück zum Let's Play von Call of Duty Black Ops 2 im Multiplayer Modus und diesmal spielen wir ein Gun Game auf der Map Stand-Off. Hab ich noch nie in Black Ops 2 gespielt. Puh, na gut. Oh, da hab ich schon den ersten. Oh, oh, nice. Okay, alles klar. Die Neifentaste werde ich sehr oft benutzen. Tja, mein Lieber, tja. Demütigung an jemandem, der auf Cover. Total skillhaft und so. Wow, aber noch erwischt. Nein, ich dachte, es macht einen One-Shot oder so. Wunderbar. Aber wir sind gerade auf dem ersten Platz. Geht doch. Oh, da ist... Ah, fuck. Von links, äh, Quatsch, von rechts auch noch. Nein, was war das denn? Oh, MFG. Okay, dich hol ich mir. Ja, dich... Ja, ist klar. Oh, ah, Mann. Das gibt's doch nicht. Es sieht gerade so gut. Na, geht doch. Ja, Alter. Geht in dich nichts rein. Boah, das war Lucky. Das aber nicht. Sehr schön. Eine Dreierbürstwaffe. Boah. Hätte ich auch irgendwie früher fahren können. Oh Gott, wo soll ich lagen? Wo soll ich lagen? Was war das für ein kleines Visier? Wie nice. Ach, das habe ich... Ach, das ist das WH-Visier da. Wie nice. Und... Jetzt habe ich es nicht mehr. Sehr schön. Das hat mir gerade echt gut gefallen. Ja. Ach, Mann. Oh, toll. Ich bin wirklich einer der einzigen, der... ...einen LMG nach... ...so wenig Schüsse nachlädt. Failort, mein lieber Failort. Aber total. Dich werde ich weg snipen. Aber sowas von. Ist ja nicht so, als ob ich nur einen Sniper hätte. Nee. Irgendwie mache ich gerade auf Captain Obvious. Geht doch. Das hätte sowas von treffen müssen. Ja, komm, wirklich. Hättest du die Waffe nicht doch langsamer irgendwie aufbauen können. Gut, aufbauen war jetzt nicht das richtige Wort. Ich weiß. Oh. Das ist ein Sniper. Natürlich. Ballista. Gab es die nicht auch bei Battlefield 3? Oh, wie gut. Was? Das hat... Oh. Scheiße. No. Fuck. Ja, alles klar. Ja, nee. Erzählt mir doch nichts. Kann man seit neuestem nicht mehr neifen, wenn man irgendwie einen Raketenwerfer in der Hand hält oder was? Was soll denn der scheiß? Oh, nice. Oh, die explodieren schneller. Das gefällt mir. Und man kann schneller wieder schießen. Oh Gott. Das ist ja ne Qual. Komm. Na, geh hitmarked. Och Mann, erzähl mir doch nichts. So, so treffe ich natürlich gar nichts. Okay, das ist wirklich schwierig mit der. Komm, ich will spawnen. Jawoll. Kabam. Oh. Die ballistischen Messer. Ja, das liefert schon mal sehr gut. Lol. Na dann. Keine Ahnung, warum ich da rüber gesprungen bin. Bam. Ja, das war ne ultra schöne Killcam. Wirklich. So Leute, das war's mit der Runde. Ich würde sagen, man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss. dropped. Immer.